Ich bekomme Vollgas. Schauen wir mal was der LKW hergibt. 150 LKW 160? Ist ja 170, oder? Jetzt geht es gleich bergab. 167? Jetzt geht es wieder bergauf. 1860? Flug geht es noch mal über gerade. Jetzt geht es wieder bergab. 1860? 169? 170? Jetzt war es noch 175. Ne. Ich hätte doch nicht so schnell fahren sollen. So, wie muss ich jetzt da fahren? Halleluja. Ach hier. Einmal hier einen Kreisel bitte.